Philipp, also ich mach halt ab und zu noch Grounded mit Max, Fortnite mit Max, Clash Royale mit Max, halt so diese, diese Nebenbei-Games mal mit Max. Ansonsten, keine Ahnung, also COD ist halt mein Main-Game, ne? Da wird's nichts anderes geben. Ich werde jetzt nicht wieder random zu Fortnite wechseln oder, keine Ahnung, zu Apex zurückgehen oder plötzlich Hyperscape machen. Ich hab halt ne COD-Community, die COD sehen will und ich feier COD auch. Ähm, das wird so bleiben. Halt nur zwischendurch mal irgendwie was anderes, ne? Aber jetzt nicht auf, auf Ernst. Aufgeregt wegen warum? Ne. Bock, ja? Aufgeregt, nein. Die Zeit, wo ich wegen irgendwas aufgeregt bin, die ist, die ist, die ist um, ja? Regelmäßig im Battle Royale Platz 1, übelsten Fights. Und einfach ein Puls von 35 gefühlt. Schon, schon fast, fast tot. Ne, aber das, das, das ist tatsächlich so, also ich muss sagen, es gibt wenig Battle Royale Games, wo ich echt mal noch irgendwie Puls krieg im Endgame. Das war in Agemon 7 war das sehr krass, da hab ich immer ein Puls von 500 gehabt. Es ist ja dumm. Scheißkerl! Meine Güte! Was machst du? Was machst du? Was machst du? Hat der auch Totenstille gehabt? Ich werde halt auch komplett permanent von zwei Seiten einfach abgeknallt. Was ist aus dem guten alten 101 geworden? Auf den Himmel achten! Scheiße! Na also, doch noch erwischt. Julex haut den Prime raus. Julex, vielen, vielen Dank. Let's go! Let's go! Julex, vielen Dank für deinen Sub, ersten Monat. Herzlich willkommen auf jeden Fall an dich. Oh, dankeschön. Freut mich. Es läuft, Leute. Gute Runde bisher. Oh, sweet. Sweet, sweet, sweet. Dicker Batzen Cash. Und ihr wisst, was das heißt. Dicker Batzen Cash heißt AirDrop. 500 Fehler, dann hätten wir sogar noch ein Saferes haben können hier, aber... Nö, dann wird's halt einfach eine Drohne. Dann wird das halt einfach eine Drohne, meine Freunde. So, Freunde. Wir haben ein Ziel. Wird sich zeigen, ob er auf dem Dach ist oder eben nicht. Ein HP, Leute. Ein HP! Einen HP! Let's go! Ich glaub, der ärgert sich auch, weil wir haben halt beide Shit getroffen, ne? Er hat sogar die Bruin gespielt, Leute. Uff, uff, uff. Ganz böser Typ. Zwei selben Degger und er lebt? Weird Flex. Ehre. Schnell groß mitnehmen und dann gehen wir nach links fighten. Oh. Digga, APG spielt er auch noch. Scheißkerl. Scheißkerl, scheißkerl. Ab in Gulag mit dir. Ne, Gulag hat er schon. Der kam grad aus dem Gulag. Der Vollsack. Da ist einer gesprungen. Nicht so schnell nachgeladen, leider. Let's go, meine Freunde. Let's freaking go. JP, was geht, Digi? Du scheiß Sweater. Ja, ist alles Lack mit der Sniper. Sniper, wer 20 Kilo mit der Sniper macht, Digga, das ist alles Glück. Das ist alles Glück. Da kann mir auch keiner was erzählen. Digga, die Tür geht auch hier rein. Oh mein Gott, die Salve, die ist es halt einfach, meine Freunde. Let's go. Die Salve ist es halt einfach. Effe, ich gebe ihm ja, man. Let's go. Got him. Let's go. Oh, Digga, ey, fett Auto. Schaffe ich es noch rechtzeitig? Let's go. Meine Freunde, gönnt euch. Guckt ihn euch an. Digga, was ist das für ein Mensch? Habt ihr das gesehen, was der gemacht hat? Boah. Der schleicht hier durch den Wald. Der schleicht durch den Wald. Der ist gekrochen. Welche Aufsätze habe ich auf der FAL? Zur FAL habe ich schon Guide gemacht. Ja. Findet ihr auf YouTube. Und statt dem Visier habe ich einfach, habe ich einfach den Salvenschuss, äh, Salvenmodus drauf gemacht. Kein Bock, dass irgendwer von hinten jetzt kommt, ne? Ich sag's euch. Und es wird passieren. Es wird zu 100% passieren. Ich sag's euch. Von irgendwo kassier' ich euch einfach den dümmsten Scheißlaser des Lebens. Von irgendeinem Arsch, der kämmt. Ich fass es nicht. Let's go. Ach komm, das hat auch wieder... Die letzten drei Schüsse, Digga, das war alles Headshot. Das ist halt dumm. Das ist halt dumm. Da sind Schüsse in Stein gegangen. Ich habe Schüsse in den Stein gesetzt, Digga. Eine Salve ist komplett in Stein reingegangen. Und ich, ich weiß einfach nicht warum. Keine Ahnung. Ganz komisches Ding. Vielen, vielen Dank. Ärgerlich. Ja, es war... Der hatte halt nichts. Der hatte halt wirklich nichts. Steht mit seinen drei Kills. Ay, kadamba. Schade Schokolade. Schade Schokolade. Schade Schade Schade. Schade Schade Schade. Schade Schade. Bis zum nächsten Mal.